Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Stardew Valley. Hier mit dabei... Alter, ich bring dich sofort um. Die Navo. Hi. Weeper. Hallo. Äh, der Inno. Hallo. Lori. Hi. Der Mond. Ja. Und Mark. Ich tippe mal stark auf Navo, dass die Traitor ist. Warum? Na, du spießt doch. Schladimir guckt zu dieser Mitte da und da hast du die Lava da aktiviert. Ich hab geguckt, als die Lava schon aktiv war. Hallo. Nein. Ich hab die Munition bemitleidet, die in der Lava schwimmt. Mhm. Ja, die haben die Munition. Ja. Drei Runden Mitleid. Einmal in den drei Runden ist schweige. Okay. Nix da. Ähm. So läuft man hier eigentlich im Fluss lang. Hä? Also wer auch immer die Lava angezündet hat, die brennt schon. Da brauchen wir nicht mal ne Insti reinwerfen. Äh, doch. Man muss den Machen nachtreten. Man muss den Machen nachtreten. Komm. Flori. Wieso hast du das gemacht? Wirst du noch mal an Abzug haben? Vielleicht bin ich noch etwas näher? Kann ich hier noch was liegen? Ich brauch mal ne andere Waffe. Nein, ich will nicht den Bogen. Hau mir ab. Ja. Ja. Hey, wollen wir, wollen wir, äh, wollen wir, äh, wollen wir, äh, wollen wir, äh, weißt du, nach Jerusalem im Spiel? Na komm, machen wir weiter. Nur setzt ihr euch denn drauf, wenn die Musik aufhört. Keine Ahnung, in den Mülleimer. Ja, da passt ja auch hin. Ach, nee, Spacken. Also beim Arzt drin sieht's eher wie in einer Sekte aus, aber okay. Ich glaub's dasselbe. Oh, kommt hin. Hallo. Hi. Oh, hier gibt es nen Gimmick. Was für nen Gimmick? Keine Ahnung. Ich hab hier so nen komischen Stein gefunden. Hey, ich steck fest. Äh, meinst du bei dem Trailer da in der Nähe? Das ist anscheinend kein Stein, das ist nur... Achst du das? Ach, das ist Aridium eines der letzten Erze, was du bekommen hast. Keine Ahnung. Es gibt ja einiges aus dem Spiel. Ich hatte auch schon so ne Sternfrucht gefunden. Ja, kann man das Ding irgendwo reinschmeißen? Ey. Auf! Auf! Ja. Ja, ich glaub die war bei mir in der Nähe. Ja, war aus der Stuhl, war aus der Stuhl. Wir liegen zwei tot. Wir haben ne APG. Eno ist das Eno. Hier. Fuck, haut mir ab! Wo ist Eno? Im Haus. Ah, ist Eno. Du hast ne richtige Waffe, geh vor. Ey, mit dem Bogen ist One-Shot, wenn du triffst. Ja, deswegen hab ich den ja. Aber ich muss er halt erstmal treffen, ne? Mhm. Ja, dann triff mal. Ich möchte bestes Aim sehen. Von mir? Ja, von dir. Okay, da hast du dich in der Person getäuscht. Schade. Oh, tot ist er. Okay, vielleicht find ich doch noch ne richtige Waffe. So. Wann war? Oder? Einer von euch beiden. Na? Na? Bist du das? Ich hab dich schon töten können. Mhm. Ich weiß. Aber man wartet häufig den richtigen Moment. Was? Mit der Glock? Wie schlecht. Mit was für'n Schuss du Eno erlegt hast, meine Herren. Ja. Und ist auch ein Scheiß auf Second Chance. 86 Prozent. Dann hat's nicht gezogen, ne? Nee. Oh Gott. Oh nein. Oh Leute, lasst mich doch mal hier durch. Ich will doch auch nur ne Waffe. Ja, es gibt doch Waffen. Hier liegt noch was. Ist das zu gefährlich, dir eine zu geben? Ich kann mal vermuten, hier hinten ist noch ein Traitor-Raum. So. Ja, das kann sein. Irgendwo ist einer. Jetzt wird sich hier alles ändern. Muss ich gleich mal, wenn ich tot bin, durch die Map fliegen. Die Jojo-Company wird nämlich wachsen. Wird zu sterben? Joja, nicht Jojo. Wie auch immer. Ähm. Endo ist es. Endo ist frei zum Abschuss. Ist euch schon aufgefallen, dass Mario hier auf dem Dings steht? Im Kalender. Ich glaub im Salon ist ne dicke Wave-Party hier. Smoke. Bobo, geh weg. Äh. Ich mach doch nichts. Ich mag's nicht, wenn Leute mir folgen. Geh weg. Bist du auf Twitter? Bist mein menschlicher Schutzschild. Ich glaub an dich. Bobo. Endo, was hast du da ganz hinten alleine einfach so gemacht? Du darfst in der Archiven laufen, ne? Ich hab nur geguckt. Da sind ein paar Fässer. Ich dachte man kommt um. Guck mal. Keine Sorge. Ähm. Guck mal an die Decke. Da ist ne Luke. Und hier steht ein Fässer. Warum? Ja, warum? Was denn? Ich dachte, da kommt mal aufs Dach. Oder in den Dachstuhl. Ich hab mich durch. Also soll ich ihn umbringen? Ja schon. So, also. Das war hier so bei diesem Hunde-Ding. Er ist in dem Salon. Und ich hat's irgendwie raus geschafft. Heilige Scheiße, lecklicher Arsch. Aber da war noch jemand bei ihm. Der Mondreiter war bei ihm. Was flog denn da gerade durchs Bild? Der war wirklich scharf, Alter. Jo, danke. Du hast doch mit Enno zusammengearbeitet, oder? Kannst du mal die Fresse halten? Was? Ich hab's denn geschiebt in den Mond an. Hier liegen Leichen rum. Mondreiter, ist es bitte? Hilft mir. Jo, die Schicksal richtig. Das, also. Kannst du ihn? Danke. Hä? Scheiße. Er war wirklich bei Enno mit drin. Schade. Ja, er ist nach mir reingekommen. Weil der verfickte Schaf angeflogen kam. Was ist denn? Entschuldigung. Ich bin's, ich bin's. Aber wer hat dann auch gesagt, dass es Enno war, hä? Ich war's. Ich hab's. Einfach nur, einfach nur Namen hören. Ich hab einfach gesagt, aber ich hab nicht mal gesagt, er war's. Ich hab einfach nur gesagt, du willst du gerne steppen. Hä, aber wann war doch gesagt, er hat ein Mord begangen? Jaja, das hab ich ja auch irgendwie gesehen. Nee, das war nicht ich. Das war Mondreiter und der vor, der hinter der Tür im Salon stand. Wie wollte er raus? Was, was kaufst du da gerade, Mondreiter? So? Mondreiter? Ja, Mondreiter. Ich weiß ja nicht, was du kaufst. Ich glaub, bei ihm ist es gerade geklopft worden, oder so. Ja. Dachte ich mir. Hallo. Hallo. Guten Tag. So Leute. Was? Ich renne danach, wobei ist auch Hallo, du antwortest? Mutprobe. Auf dem Marktplatz. Hallo. Wer steht länger drauf, oder was? Ja, ja. Schmeiß mal in sie. Enno. Okay. Reap hat ne Plasma geworfen. Enno, Mutprobe, komm. Nee. Komm. Nee, lass mal gucken. Ich hab 30 Punkte. Damit bin ich nicht letzter, aber... Es war auch nicht erster, aber schreist drauf. Aber Mondreiter macht's richtig. Tschüss. Das ist doch schlimm. Ah, Mondreiter! Und wann war? Na, ich hab da oben ein Boot rein geschossen. Da kam ein Schaf angeflogen. Da ist Flori. Also ich hab das Schaf nicht auf die Reise geschickt. Ja, ist schon klar. Hä? Aber da... Warte mal. Ist das Schaf eigentlich noch geschoben? Hab ich da hinten Navo gesehen? Das kann sein. Hä? Wieso? Ich war hier hinten bei den... Schmied. Also es ist Enno auf diesen Lava drin. Ich hab grad gedacht, ich hab dich jetzt grad... Wann war? Da war gerade ne Leiche hinter dir. Warum konfirmst du die nicht? Die kann ich nicht konfirmen. Die ist zu weit weg. Ah, ja. Ach, die? Ne, ich meinte die auf dem Marktplatz. Also hier. Auf diesen brennenden Ding. So, ich... Ich glaube, Wann hat irgendwas komisches gemacht. Welche Leiche kommst du hin? Hier, die auf dem Marktplatz. Wenn man da nicht rankommt. Ah, Moment. Magnetostick wär doch ne Idee. Oh, nicht. Ja, ne. Das ist ziemlich risky, was wir hier tun, ne? Ja, aber an die Leiche... Reaper, warum beobachtest du das so aus der Ferne? Oh, oh, oh. Weil ich nur eine Waffe aus der Ferne habe. Du darfst, weil... Das gefällt mir nicht. Das ist Mond, Alter. Der ist halt hier rein. Okay. Ja. Ähm. Da flogen wir zwar, aber der DT tot. Wer ist denn? Ne. Das ist... Das ist ne Lüge. Ne. Das ist ne Lüge. Ja. Du wusstest doch, dass es Navo ist. Ja, wenigstens ein Traitor erwischt. Da ist mein Mate gekillt. Mhm. Ich wusste es ganz genau, dass du es warst, Navo. Ja. Plus diesmal nicht mit nem Messer. Mit nem Messer. Ja. Das vergesse ich nie. Boah, kann ich mal was anderes sein außer Detekte? Ich dachte nur, Frauen sind so nachtrag. Ich will mal gern was anderes sein als Traitor. Boah, was soll das jetzt heißen? Wann war's Traitor? Was reißt du mir da her? Warte, ich zeig dir mal was. Hier. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Wo? Daraus kannst du ein Supersch... Huch? Navo. Was? Krass, was? So, ich geh jetzt in den Shop. zu Piers und kaufe mehr Items. Sehr gut. Ich will auch was haben. Was ist denn hier? Screen, 20x24. Mhm. Ach ja, ich mag die Bäume, die sind so detailreich. Ich mach Bäume. Was ist explodiert? Ich glaube, die Sternfrucht ist explodiert. Let's go! Ahhhh. Navo. Ascha. 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 Ja, das war die Shop-Ding da hier. Die rutzische Rinde. Ascha. 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 Irgendjemand ist gestorben. East Side of B. Ascha. 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 Wer liebt denn noch? Hallo? Ähm, Sam. Sam. Äh. Und Penny. Mhm. Mehr Namen fallen mir nicht ein. Wie, Paddy, du kannst mir doch gerne behilflich sein, ne? Wobei? Ich selbst töten. Äh, ist nö. Ist schon okay. Ja, stopp. Arsch. Aber eine gute Idee. Hat's nicht funktioniert? Fuck. Ja, das funktioniert. Aber gut. Mann, wo bist du denn jetzt? Ach, wo hast du denn die ganzen Leichen verscharrt, dass ich die nicht finde? Die liegen überall rum. Die liegen überall rum. Hallo, wo bist du? Ich, äh... Ich bin beim Weihnachtsbaum. Ich bin beim Weihnachtsbaum. Ich bin beim Weihnachtsbaum. Ich bin beim Weihnachtsbaum. Ja, mach ich mal. Dann sing doch ein Weihnachtslied, wenn du beim Weihnachtsbaum bist. Äh, nein, das mach ich schon nicht, wenn ich auf Weihnachtsparty bin, also... Ah, weißt du, worauf ich Lust hätte? Dominosteine. Mhm. Guckst du jetzt darauf. Diese Weihnachtsbaum-Dominosteine. Achso, die. Ja, gut. Die schmecken cool. Das stimmt. Hab der mal selbst gemacht, das hat nicht so geklappt. Aber nur die, äh... Wie nennt sich die Dinger hier? Die, die... Voll, voll... Nee, voll her... Nee, wie heißt das Ding? Ah, Mann. Saatbitter, so. Saatbitter, ja. Bei mich ist für Luschen. Alter! Mann! Wo bist du? Wiss ich nicht. Ich bin, äh, auf der Farm. Toll. Wiss ich nicht. Ah, sein. Boah, dieser Sau-Dug, ne? Ist auch schon so mit der Zeit. Hey, ich hab mir eine Leiche gefunden. Uh! Das Ding ist halt so 10 Minuten ausspielen, ist halt schon ein Anschluss. Da ist wirklich noch so ein Auf-Struck. Das Ding ist so, ob ich meine Fresse versteht, oben hat. Ja, ich hab dir das Ding und ich hab mir was gemacht, wo ist das Ding? Ich hab mir den Schwen möchte. Heim! Oh! 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 Das ist etwas... Oh! Oh, endlich, ey... Oh! 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 mit russisch Roulette. Ist doch lustig. Nee, nicht für mich. Du hast gut lachen jetzt. Ich habe es nicht gezündet. Ich habe einfach nur gesagt, dass ich es überlebt habe. Warum hast du nicht das Schaf genommen, wie ich dir? Ja, ich wollte es ja eigentlich. Hat er aber mich verklickt mit dem verdammten russisch Roulette. Nächstes Mal, dann kommt es. Das ist mega gut. Oh ja, das ist ein Versprechen. Da war noch eine Granade. Ist der Mondreiter eigentlich wieder da? Nein, noch nicht. Oh, der ist ganz raus. Heißt das, dass wir keinen Deta haben? Doch, wir haben einen, aber 3. Nee, der blaue ist fake. Hui, das Rad geht auf Reisen. Ja, eigentlich müssten wir den Deta jetzt abschalten. Nein, ja. Was soll's? Wird von irgendwo angeschissen? Nee, kann nicht sein, dass... Ah! Ich habe das angeboten, würde ich fragen, in dem Prozess. Nee, nee, das Ding hat mich vorhin getötet. Ich gebe es. Warum? Ich habe mich von dem dann erschossen. Oh. No, da hätte ich mir noch kurz hinter. Äh, hier. Nimm. Hallo. Kann jemand den Grill anmachen? Ich kenne den Grill Perchinski. No. Was denn? Äh, kommst du nochmal zu irgendeinem Grabdings? Da liegt was für dich. Wer läuft da vor mir? Wieso? Ich will auch was haben. So ein Idiot! Der Deta ist in den Fluss gefallen. Wie ist das denn passiert? Er wollte, dass wir keinen Deta haben. Da ist doch doch hier liegt was für mich. Oh, Wann war... Hä? Mh, Wann war... Fake. Fake. Ja, ja, klar. Das ist Fake. Das ist Fake. Das ist Fake. Hier liegt der Deta. Da war doch gerade einer irgendwo. Oh. Wow. Hallo Flory. Hallo. Wow. Flory? Was? Äh, Endo ist das, ne? Nee. Wann war auf jeden Fall aber nicht ich. Ich weiß es ja nicht selbst nicht. Ich weiß es ja nicht selbst nicht. Ich weiß es immer noch nicht für dich. Ich meine Endo ist es. Ah ja, ich war's. Ja, ich schieß auf der verdammten Tee. Verdammt! Oh Mann. Sehr gut. Wollt man das eigentlich... Kann ich das Ding immer noch aktivieren? Ach, schade. Wir hätten da jetzt gerade so genüsslich nen Chip gegessen. Nee. Das hört sich knusprig an. Oh ja. Ach ja. Ich brauche ne andere Schrotze, ja. Nicht... Danke, die wollte ich mir nehmen. Nein, Endo kriegst du nicht. Hier ist noch so ne M3. Okay, wer will auf ein Dach? Äh. Was weiß ich nicht? Ich bass mich dort ab. Ich bass mich dort ab! Boah, das ist ein großes, hartes Ding in der Hand. Ja. Ja, er soll die Hand aus der Ruhe singen. Das hört sich falsch an. Ich wach mal ab. Also keiner will auf ein Dach. Das hört sich bei uns nicht an. Bei uns mal aufs Prinzip. Ich geh jetzt in die Kirche. Ich will doch nur ne fucking Diegel haben. Also ich hätte einen, aber nur über meine Leiche. Ich hab auch so ein Ding draußen, oder? Ich hab auch so ein Ding draußen. Okay. Das ist ein Angebot. Okay, warte. Direkt vor deiner Nase. Ja, genau. Irgendjemand hat ein Schaum. Scheiße. Okay, der Schlag war nicht ganz so gut. Der Schlag war nicht ganz so gut. Auch ein Freiflug? Äh. Ich will just steal your pleasure. Äh. Äh. Diegel. Endlich ne Diegel. Hab ich dir hier was suchen will? Ach nö. Nein, let's go. Kann man nicht verhindern. Wir können... Ich kenn das Ding nicht. Nee, ich wills nicht kennen. Komm. Bei einem bin ich mir sicher, dass er es nicht war. Das heißt, ich weiß, wer es ist. Hä? Jetzt kann ich... Also. Wer jetzt gerade in meiner Deathcam ist, ne? Ich mach jetzt einen guten Witz. Also ich finde, man sollte diese Waffe nicht an die... Glocke hängen. Oh Gott. Ach, Mann. Ach, Mann. Äh, irgendjemand schießt da. Ich glaube es ist Navo. Nein. Es ist auch Navo. Ich seh da nur Weihnachtsbaum fliegen. Ach, Mann ey. Wollte ich mal abschlagen. Also die Weihnachtsballe... Mann, ne. Die Baumkanone ist cool. Die bringt ein bisschen Stimmung. Man müsste mal ne TTT-Runde machen, wo man nur die... Augenkanone hat. Als Weihnachts-Special. Haben wir die... Als Weihnachts-Special nicht rausgenommen? Ach egal. Nämlich halt ne andere. Äh, wie immer direkt ne... Ne... Was man fliegt. Hm. Wie heißt das Ding, mit dem du da so rum fliegst, Didel? Spider-Man. Spider-Man. Gut, gut. Spider-Man Gun. Muss ich mir merken. Ne, lieber nicht. Noch nicht. So. Was war das, Enno? Ich wollte nur mal für ein bisschen Stimmung sorgen. Da hast du aber die falsche Waffe für. Da fehlt der Tannenbaum. Äh, wer ist dann... Will sich bewegende Reifen? Bewegende Reifen. Flori? Das könnte auch ein riesen Kuchen sein. Gibt's eine Plasma? Nein. Ist aber eher ein Reifen vom Trailer. Da fliegt ein Schaf! Geht in Deckung! Geht in irgendwelche Häuser rein! Ne, ne. Nicht nötig. Hat Bum gemacht. Ist jemand gestorben? Ja, da liegt was beim Hund drin, aber wie kommt man zum Hund rein? Hä? Zum Hund. Also wenn der Deto noch lebt, der kann da rein. Ne, das ist der Deto. Super. Der Deto liegt beim Hund. Wann war mein Beileid? So, wer ist es denn jetzt von euch? Hab ihn rausbekommen. Was sie bei der Map noch machen müssten, ist die Jahreszeiten aus dem richtigen Spiel noch übernehmen. Inklusive der ganzen Musik. Ja wunderbar, ich bin jetzt schon gestraft mit dieser Mucke. Wieso? Hast du vorhin, dass du Stardew Valley gespielt hast? Ja, aber trotzdem, da hab ich die Mucke aus. Die lieben doch alles Stardew Valley, oder? Ja, da hast du die Mucke aus mit dem bei Death Metal am Laufen, was? Klar. Wo du rumschreien, dass du nichts verstehst. Weeper, gib's doch zu. Deine Lieblingsmap-Musik ist die von Death SpongeBob Map. Oh nein. Wo du auch keine Waffen hast, oder so. Hallo Mark. Awesome week. Es wär fast Synchronschießen gewesen, Weeper. Aha, Eno. Was denn? Oh, hier liegt was. Oh, hier liegt was. Guck einfach mal rein. Wow. Da liegt ein Zettel. Was ist denn jetzt los? Fahrtgang. Ja, ich mach gleich Fahrtgang. Dogs love to play with tires. Warte mal, soll man die Reifen etwa dem Hund bringen? Hm. Ich hab das noch gesehen. Oh nein, schon wieder. Ich hab das noch gesehen, wie das war. Das ist geil. Voll geil. Die Fahrtgang hat gezündet. Hallo. What? Mann, aber wie ist noch einen guten Treffer gesetzt. Die Fahrtgang hat immer diese Blehung. Ähm. Letzte Runde. Oh, toll. Oh, toll. Schon wieder in der ersten Runde Tee. Ähm. Sorry. Mhm. Ich hab nichts gesehen. Sorry. Ich hab die Blasweinbauer nur so geschmissen. Drei Kandidaten weniger. Keiner Tee. Keiner Tee? Ja. Ungünstig. Schäfchen. Schäfchen! Hm. Hast du getroffen, Eno? Sieht so aus. Ja, ich hab hier ne Leiche vom Tee. Kann aber nicht funktionieren. Ja, dann hat's geklappt. Der haben wir nämlich schon drin im Haus. So, dann schauen wir mal, wo du noch bist, Junge. Ne. Der ist hinten und... Ne, der muss am Fluss sein. Ne. Da brauche ich eine andere Waffe. In der Snabe kriege ich den nicht. Öh. Das ist ja mal was ganz Neues. Diesmal nicht. Diesmal brauche ich was Stauberes, was nicht so... Ja, was ein bisschen streut, damit ich den Schaden austeilen kann. Wo versteckt sich der Boppo? Ich bin auf Jagd. Ah, ich hab ihn. Der hat sich nämlich aktualisiert. Na Allah. Ja, das war's mit dieser Folge von Let's Play Stardew Valley. Auf der nächsten Folge sind wir wieder dabei. Äh, wie wir das Stadtfest haben. Bis dahin macht's gut. Den Eier-Tanz. Tschüss. Tschüss.